Ja und somit herzlich willkommen zurück zu Ready or Not. Heute geht's weiter mit der Kampagne mit Mindshot Data Center. Wir schauen uns doch gleich mal die Besprechung an. Oder hören uns die Besprechung an. Bringen Sie Ordnung ins Chaos, retten Sie alle Zivilisten. So ist nichts anderes. Und wir haben viele Entranges für das eine. Seite 1 wird uns in die Lobby. Seite 2 hat eine Access-Doorway. Und Seite 4 hat eine Loading-Bey-Entrance, die in die Data-Storage-Ares. An Element-On-Scene hat uns determined, dass es eine mögliche Entrance auf der Rooftop ist, die in die 2.0-Level. Jetzt, wir haben eine Menge Arzt-Hardware in der Struktur. Wie Sie alle wissen, Mindshot ist auf der Downslope, so wir nicht erwarten, dass es so viel Re-Kurse ist, wenn das Beste geht. Aber wir wollen uns bemerken, um Property-Damage zu tun. Es wird auch reduziert die Capabilität unserer Cyber-Crime-Teams, wenn sie mit ein paar Destroyer-Drives arbeiten können. Threats inside der Facilität sind unbekannt. Mindshot hat eine Security-Layer, das ist gut-Armung und auf der Seite. Wir wissen nicht, ob diese Leute haben auch geholfen, von jemanden ist auf der Show hier. I mean, Zeiten sind schwer, und all es dauert ist ein wenig Geld, um die Desperate Leute zu fliegen. Ich möchte noch sagen, dass diese Facilität hat ein paar Robberien, einige von Individuen, aus dem Polizieren, und ein KIDNAPPING, das zu der Beste von einem der Security-Staaten, nicht zu lange ago. Wenn diese Leute nicht wissen, was passiert ist, sie könnten sehr gut sein, dass sie auf der Facilität senden Rallinger weg aus der Angst. Wenn die Leute aufhören, um die Möglichkeit zu verabschieden, um die Sicherheit zu verabschieden, und um die Sicherheit zu verabschieden, wir sollten nicht ein schweres Wettbewerben, um die Situation zu verabschieden. Weil der Vorabbruch, wo die Begründung der Begründung ist, wir werden die Marked Units sehen müssen, und wir werden laut haulen, als wir in die Position sind. Wenn sie nicht zurückkehren, ich nehme das so, dass sie vielleicht wissen, was auf die Hardware ist. Der Datacenter ist auch eine Skeleton-Kruhe, so es ist sicher, dass wir ein paar Civilians in der Compound haben. Die Leute all sehen sehr ähnlich, so check die Schatz und bevielfühlen, was über die Begründung ist. Fragen Sie? Ist das tiefer zu dem Streamer, die wir letzte Woche verabschieden? Hm, das sieht so aus. Wir haben Metadata aus der Pornografie auf seinem Computer gespürt, die nach dem Platz der Grundsatz zu sein. Hier ist etwas großartiges passiert. Wir müssen uns sicher, dass wir nichts zu verabschieden, das uns näher zu nabbern, wer hier in der Lage ist. Okay, Zeit ist fest. Gears auf und los geht's. Rallye ist auf Truman Boulevard in Temple Hills. Wir werden dort gesammelt und bekommen eine frische Information aus dem anderen Element auf der Szene. Thames ist auch auf der Route. Ach du Scheiße. Das hört sich nach einer Menge Informationen an und ziemlich schwierigem Auftrag. Grund des vorigen Raubepass, bei dem die Verdächtigen als Polizisten verkleidet waren, werden die markierten Einheiten sich ankündigen und laut rufen, sobald wir in Position sind. Und wenn sie sich nicht ergeben, werde ich das als Zeichen dafür, dass sie vielleicht etwas über die Horror wissen, die sie bewachen. Also könnten da Fake Cops auf uns warten und Zivilisten, weil sie eine Notbesatzung am Manne haben. Und wir sollen langsam vorgehen mit Blindgranaten und Raum für Raum sorgfälle clearen, aber nicht zu viel Sachschaden anrichten, weil das sonst bei den anderen Fällen zur Bezirkung kommen kann. Mindshot Security. Das Sicherheitselement von Mindshot ist gut bewaffnet und scheinbar sehr nervös. Ein Bild auf dem zu sehen ist, wie das Wachpersonal ein Mitarbeiter schikaniert. Lässt vermuten, dass diese Leute in die illegalen Aktivitäten im Datacenter verwickelt sein können. Mindshot Staff. Die verbleibenden Mitarbeiter von Mindshot sind verantwortlich für den Betrieb der letzten verbleibenden Server, die von Unternehmen in den Vereinigten Staaten genutzt werden. Foto aus dem Dark Web. Das Bild zeigt den Verkauf bestimmter Schusswaffen, die über die anonymisierte Infrastruktur von Mindshot gehandelt werden. Online Verkauf eines Mindshot Servers. Audio gibt es keine, weil es schliesslich kein Einsatz ist. Also kein Call so. In dem Sinne. Ihr müsst mit Bangs reingehen. Räume langsam clearen. Wait. Äh, Karte. Okay, wow. Site 1 Main Entrance. Site 4 Entrance. Auf 4 Seiten gibt es 2 Eingänge. Seite 2 gibt es einen Eingang. Und über das Dach würde es möglicherweise auch einen Eingang geben. Das wird hart, kann ich euch sagen. Dann würde ich kurz mal mein Team ausrüsten und wir sehen uns gleich vor Ort beim Mindshot Data Center. Ja. Und somit... Und somit... Und somit Welcome to Mindshot Data Center. Ich habe unser Team ausgestattet mit äh... Also alle haben Maschinengewehre. Äh... Blendschutzbrillen. Sehr viele... Äh... Blendgranaten. Äh... Keine... Doch... Ich glaube eine Singer und einmal C2. Was doch etwas schief laufen sollte. Könnten wir das benutzen. Aber... Wie... Schon... Besprochen wurde wäre es ja besser wenn wir das nicht tun. Und... Mal schauen wie wir hier... Vorgehen. Ähm... Rechts sind 2 Eingänge. Ich würde wahrscheinlich eher nach links... Ausweichen. Satans. Das ist von unserem letzten Trip. Das ist eine Memo für alle in der Sicherheit Arege. Wie schon wissen Sie, wir haben Leute kommen in das Impersonatieren policieren. Das hat sich jetzt schon wieder und wiederum. Ich möchte Sie bitte bitte um dich. Wir bereits hatten eine Kiste wo die Panzer gekommen sind. Wenn da noch mehr Anzimeterient ist, kommen Sie mir. Oh, warte. Und das heisst jetzt, wenn die denken, dass wir falsche Polizisten sind, schiessen sie auf uns. Könnte das das heissen? Müssen wir halt aufpassen wegen dem... Da hinten ist schon jemand. Das Visier gefällt mir gar nicht. Nimmt mega viel Platz ein. Okay, wo ist jetzt der Typchen? Stand doch gerade jemand. Ich tue das auf. Fuck. Ich glaube, das Dach könnte ein Problem für uns werden. Wir hätten vielleicht doch mehr Jams mitnehmen sollen. Ich würde vielleicht zuerst das Dach clearen. Auf jeden Fall wissen sie jetzt schon, dass sie da sind. Fuck. One ball. Hands up, don't move. Das Dach clearen Sie. Fortfixieren. Junge, Junge, Junge. Einfach ein ganzes Magazin in den eigenen Reingeballert. Talk to Entry Team. Roger, Trailer ist inbound. Ich werde es. Stimmt. Shit. Wie hier hinten sieht es clear aus? Jetzt interessiert es mich mal, was er uns sagen wird. Deswegen wollte ich das mal erst probieren. Okay, a lot of openings. Gute Wahl, dass du dich hier ergeben hast. Okay, lebt das blaue Team noch? Ich hoffe. Oh shit. Oh shit. Ich kann nicht sehen. Ich kann nicht sehen. Ich bin hier. Shit. Koffen. Don't move. Ja, Koffen, please. Gott, damn it. Was mache ich, wenn ich keine Muni mehr habe? Das könnte vielleicht der Fall sein. Junge, Junge, Junge. Das ist ja schrecklich hier. Ich meine, ich habe schon ein ganzes Magazin verballert. Blaues Team, lebt ihr noch? Ist das schlau, hier reinzugehen? Ich meine, da gibt es Fenster links. Das ist alles doof. Was machen wir hier bloß? Was machen wir hier bloß? Ich muss mich auf. Gold. In the way, Chief. Move in, toss a bang and clear. Move in at the place. Swap with me. I got nothing here. Hands up, now. Don't kill me. Lauf, 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 lauf. Lauf doch. Oh, Junge. Shit. Down to the ground, move. Hands up, drop to your knees. Kannst du bitte das Schild einsetzen? Ja dann, rein da. Gut, dann ist... Müssen wir ja aber auch ein bisschen schauen, wegen Beweisen. Jungs! Ob wir irgendwo was finden können? Und sonst übersehe ich irgendwas bestimmt wieder, was vielleicht wichtig sein könnte. Dir meinst du bei Employees? Akten oder sonst irgendwas? Was? Das ist ein schwieriges Gebäude. Get the Schild up here. Gerechtig. Seid. Use ein Klamm. Nein! Check es mit dem Schrauben. okay no jammed oh hey call wand it 10-4 wand is ready it's good suspect arm ein kleiner feder und dann etwas dann aufreihen roger pick the lock got the lock pick dann nachher öffnen mit blendgranate wieso auch immer der jetzt so komisch gelaufen ist komisch dass der jetzt so weird gelaufen ist ich weiß man sieht wenig aber irgendwie müssen wir uns ersichern hey was hat der gesagt ich habe es leider gerade nicht gehört okay zuerst äh okay open the door clear it affirmative post up and cover all right open and clear yep damn it locked ach du scheiße los clear over here boss begin to search secure any contacts police get down get down 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 on your knees get down keep your hands up am hi move there Blöck, können wir sagen, dass sie den Raum durchsuchen sollen? Wo ist dein Warrant? Wo? 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 Wo ist sie? Wo ist die? Was? W necessity. Was? Du hast sie wieder. Das ist er! Nicht anders. Den. Können Sie. Darf ich dir? Ich arbeite. Das ist ein Ding. Ich bin ein Ding. Das ist kein Ding. Es ist ein Ding. haben wir alles gut durchsucht niemanden vergessen hoffentlich und da kamen wir ich hoffe es sonst haben wir ein problem mega verwinkelt dieser raum hier diesen ganzen server aber das sieht gut aus und dann hält blau das hier äh junge und setz doch dein scheiss schild ein und du hältst dort und dann geht es doch sein hier raus zu gehen Leute Provide support on me You got point Fuck 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 Put your fucking hand Jungs Help me please I'm my six I'm with you Is it tot? Is it tot? Is it the only? That was close Make him secure I got cups Scheißvoll idiot Tuck Suspect in custody This is Tuck Copy that Alter Der hätte mich halt echt wirklich fast gehabt Search the room for contacts Copy Can't hear you Die Fronttür ist noch zu, ok Die Fronttür ist noch zu, ok? Obwohl ist das schlau Ne, ich glaube das ist nicht so schlau Provide support on me Der Typ Sein voll idiot Gerecht soll die ja safe sein Theoretisch Das gefällt mir hier alles gar nicht Das gefällt mir hier alles gar nicht Get down Drop it and get down Get down I want to see hands Oh fuck Empty over here No contact Drop in the light Move there Don't get up 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 Contact is down Cuffin Moving into handcuffs Sind wir hier mitten im irgendwo Shit Cuffin Nö Truth Abwech Red Male 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 Black Male Police get your hands up hands up above your head looks clear over here boss Hands on your head now Hands on your head move team to talk billions good to go Hands up now drop police hands up Secure him get down on your knees Hands up do it now We'll get you out of there put your hands up Nothing Let me see those hands Hands up down on your knees Put your hands up Talk to entry team Keep your hands up Notifying trailers Tie them down Sorry ich bin glaube ich ziemlich ruhig hier bei dieser Dieser Aufgabe aber das ist ultra schwierig LSPD don't move Jetzt Schrauben die Hände Schrauben die Hände Schrauben die Hände Ich will die Hände sehen Genau oben waren wir glaube ich Schrauben die Hände Schrauben die Hände Ich habe deinem Kopf Hier drin auch Ich glaube hier waren wir schon oder Ja. Hier drin auch. Ja, hier waren wir auch schon, okay. Und da oben geht's wahrscheinlich raus aufs Dach. Ja, das war die Tür, okay. Dann ist wenigstens hier clear. So, dann jemand mehr kommen, ausser jemand ist so schlau und rennt aussenrum, was mega schlau wäre. Noch kurz den Raum durchsuchen, bitte. Wenn es euch aussieht, gibt's hier nix. So mitnehmen, was für uns irgendwie interessant wäre. Nee. Okay, da sind wir wieder. Hier. Lobby ist, glaube ich, noch nicht so schlau, da reinzugehen. Vielleicht lieber, ähm, Check it with the wand. Don't have it. Red team. Check it with the mirror. On it. Element. Blue. Looking good, sir. Post up and provide cover. All teams. It's open, we're good to go. Wand it. Acknowledged. Wand's ready. Several openings. No device here. I got nothing. Jam that door. I'll block it. Okay, da hieß es ja eigentlich, das war's gut sein, so. Und so sieht's auch aus. Blue Team. Secure the area. Copy. Red. Und wo kam jetzt das wieder? Ich bin verwirrt. Okay, die Tür ist gejammt. Doch, von hinten. What? Report to talk for debrief. Alter, es lief doch so gut. Und dann kam diese scheiße, voll jod. Mann. Hab noch gesagt, jemand würde vielleicht, wenn die KI schlau... Ich hab nicht gedacht, dass die KI wirklich so schlau ist und wirklich aussen rum geht. What the fuck? Ach, schade. Nachricht vom Doc. Ich hab ihn in letzter Zeit ein paar besorgungsregende Dinge gehört und stelle fast, dass die Öffentlichkeit zunehmend negativ über den LSPD denkt. Ich wollte nur mal nachhören, wie sie damit zurechtkommen. Denken Sie daran, sich zwischen den Einsätzen eine Auszeit zu gönnen und Energie zu tanken. Ja gut, jetzt bin ich sowieso tot. Dann muss ich Energie tanken. Boah, fuck. Es lief so gut. Shit. Das war mies. Und ich glaub, mein... Mein Magazin war, glaub ich, auch gleich leer. Deshalb konnte ich nicht mehr schiessen. Shit. Ah, ja, schön. Naja. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder beim gleichen Einsatz, mit dem gleichen Team, gleiche Aufstellung. Und wir versuchen es einfach nochmal, in der Hoffnung, dass es dann auch funktioniert. Ähm, ja, gut. Das war doof. Allerdings nicht mir geschuldet. Ich... Und ich hab's noch gesagt. Ach, Mann. Naja. Bis zum nächsten Mal hier bei Ready or Not. Tschüss. Schrecklich. No! Somebody please help! Get back! We can still make it out of this. Drop the gun and let her go. I'm not going in! So, are you ready? I'll see you in the next